Darf man, Mensch ärgere dich nicht spielen, Brettspiele und so weiter? Es gibt Spiele, die sind erlaubt, oder es gibt Spiele, die sind nicht erlaubt. Wenn das Würfelspiele sind, unterlässt man diese Baraklau Fikum und Salaam nachher, wegen dem Hadith mit dem Würfel, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, wer Würfelspiele spielt, so hat er sich gegenüber Allah und seinem Gesandten widersetzt. Die Hikmah, die Weisheit, Wallahu Ta'ala, A'la wa A'lam.